Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich heute auf der IAA und zwar am zweiten Tag und zwar am Pressestand. Im Moment sind wir bei der Firma Fliegel und zwar auf dem Stand der Firma Fliegel. Herr Fliegel, ich begrüße Sie recht herzlich in Hannover. Ja, guten Tag auch zurück. Mich freut es, dass wir uns hier sehen können und uns die Plattform bieten können für eine riesen neue Produktpalette von verschiedenen Fahrzeugeinheiten, die wir hier präsentiert haben. Herr Fliegel, was haben Sie uns für diese Messe IAA 2010 mitgebracht? Was sehen wir im Hintergrund? Fangen wir mal so. Im Hintergrund sehen wir einen Megatrailer von uns, der typisch für die Automobillogistik ist, der mit einem Quick-Lock-System versehen ist, wo das Planen, Öffnen und Schließen ungefähr 10% nur Zeit verbraucht.